Irgendwo ist oben, lautet der Titel vom künstlerischen Diplomprojekt von Ingo Juchts, mit dem er aus dem gleichnamigen Lied von Anna Deppenbusch zitiert. Der Protagonist ist der alte Mann Peter, der von seiner Tochter Anne in ein Pflegeheim eingewiesen wird, da er den Tod seiner Frau nicht wahrhaben will. Er spricht weiterhin mit ihr, als wäre sie noch am Leben und tut dies auch in der Öffentlichkeit, weshalb er einige Menschen in der Umgebung verängstigt. In der Anstalt fühlt sich Peter aber ganz und gar nicht wohl und beschließt davon zu laufen. Auf der Flucht findet er sein altes Fotoalbum wieder und erinnert sich an all die schöne Momente mit seiner Frau zurück. Dadurch lernt er, deren Tod besser zu verarbeiten und darf wieder in seine eigene Wohnung ziehen. Ob er seine Imaginationen nur nach außen hin aufgibt oder ob er seine Frau nun wirklich ruhen lässt, bleibt offen. Neben dem schon genannten Stück von Anna Deppenbusch ist als Vokalwerk noch Where Is My Mind von den Pixis zu hören. Als Instrumentalstück ist mit I'll Be Seeing You von Julian Leitch auch ein Jazzstandard vertreten.